Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das kleine Zimmer Das kleine Zimmer hat das Publikum in Locarno begeistert Nehmen Sie sich denn die Zeit mit ihm zu essen? Was glauben Sie eigentlich? Wie? Ist er denn nicht? Nein, er hat den Appetit verloren, seitdem sein Sohn ihn abschieben will Eine unerwartete emotionale Kraft Ein sensibler und bewegender Film Ist das wirklich eine Lampe? Nein, es ist eine Fritteuse Das kleine Zimmer Lassen Sie mich doch in Ruhe Nein, ich lasse Sie nicht in Ruhe Demnächst im Kino Das kleine Zimmer Untertitelung des ZDF, 2020